Gegeben sei folgende Ausgangssituation. Ich habe den Vektor C, der hier vom Startpunkt bis zum Endpunkt geht und ich stelle mir die Frage, kann ich mithilfe der Vektoren A und B einen, sagen wir, Art Umweg gehen, dass ich aber auch von diesem Startpunkt ausgehend irgendwie dort oben ankomme? Und das kann man sich dann folgendermaßen vorstellen. Ich könnte zum Beispiel einmal diese Strecke ablaufen, das ist ja einmal der Vektor A und mithilfe des Vektors B, naja, würde ich, wenn ich den kompletten Vektor hier entlang gehe, zu weit gehen, na, dann gehen wir einfach nur die Hälfte des Weges, also 0,5 mal Vektor B und wenn ich diese beiden Vektoren, den ganzen Vektor A und den halben Vektor B miteinander kombiniere, dann entsteht eine sogenannte Linearkombination und die ist nichts anderes als das Abschreiten des Weges entlang des Vektors C. Rein rechnerisch passiert dabei Folgendes. Gegeben seien die Vektoren A, B und vorne der eigentliche Vektor C, den ich irgendwie durch den Umweg erreichen will. Na ja, dann habe ich gesagt, einmal Vektor A und dann hinten ran noch die Hälfte von Vektor B. Das ist genau das, was hier steht. Na ja, einmal Vektor A, das bleibt dann beim Vektor 5,2 und 0,5 mal Vektor 4,6, na ja, ich mache überall die Hälfte, ist dann der Vektor 2,3. 5 plus 2 sind 7, 2 plus 3 sind 5 und dieser Vektor, der dort rauskommt, ist nichts anderes als, ihr seht es hier oben, der gegebene Vektor C, den wir vorher schon hatten. Ergänzend sei gesagt, dass das hier im Zweidimensionalen mit jedem beliebigen Vektorpaar funktioniert, wenn es denn nicht nur ein Vielfaches des Vektors ist, sondern wenn zwei Vektoren unterschiedliche Richtungen haben. Dann kann ich auch jeden dritten beliebigen Vektor darstellen, aber wie gesagt, das geht nur immer sicher im Zweidimensionalen. Im Dreidimensionalen, da kann es auch sein, dass das eben nicht funktioniert. Schauen wir uns mit diesem Wissen mal eine typische Aufgabenstellung an. Gegeben sind jetzt vier Vektoren und ich soll einmal zeigen, dass dieser Vektor C als Linearkombination aus den Vektoren A und B dargestellt werden kann, aber dass der Vektor D, den wir hier vorfinden, dass der irgendwie nicht als Linearkombination der beiden Vektoren A und B dargestellt werden kann. Gucken wir uns also erst einmal Aufgabenteil A an. Der Ansatz ist immer der gleiche. Ich schreibe mir den Vektor, den ich als Linearkombination darstellen möchte oder auch, den ich nachher nicht darstellen möchte, hier vorne auf und der soll sein irgendwas mal Vektor A plus irgendwas mal Vektor B in dem Fall. Und dieses irgendwas wird in der Regel mit R und S abgekürzt. Ihr könnt da jeden beliebigen Buchstaben als Variabel nehmen. Man einigt sich aber da in der Regel immer auf R, S oder T. Das Ganze führt dann auf folgendes lineares Gleichungssystem. Die erste Gleichung sieht dabei wie folgt aus. Wie kommt die zustande? Wir schauen mal hier in den Ansatz rein und wir gehen jetzt quasi zeilenweise, indem wir sagen, erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile für x, y, z-Koordinate. Gehen wir jetzt die erste Zeile entlang und dann würde hier stehen 3 ist gleich R mal 2 plus S mal 1. Und das wieder ein bisschen geordnet ergibt dann folgendes. 2 mal R, das ist das, was hier steht, plus S mal 1 oder 1 mal S oder einfach nur S ist gleich 3. Das ist das, was hier vorne stand. Ihr könnt das auch genau andersrum schreiben, eben die 3 nach vorne packen. Ich mache das gerne so, dass ich die absoluten Zahlen hier hinten hinschreibe. Nach diesem Schema ergeben sich jetzt noch zwei weitere Zeilen, beziehungsweise zwei weitere Gleichungen, nämlich hier in der Mitte 1 ist gleich 1 mal R plus 1 mal S. Und das ausgesprochen und korrekt wäre dann R plus S ist gleich 1. Und ganz unten 0 ist gleich R mal 1 plus S mal 2. Oder andersrum, 1 mal R oder R plus 2 mal S ist gleich 0. Dieses System gilt es jetzt zu lösen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Ich zeige euch einfach mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt hier gerechnet Gleichung 1 minus Gleichung 2, also das hier minus das. 2R minus R ergibt R. S minus S ergibt 0. Somit fällt mein S weg. Und 3 minus 1 ergibt 2. So komme ich mit dieser kleinen Rechnung schon darauf, dass R gleich 2 sein muss. Weiter geht es. Ich möchte noch S herausbekommen. Und dazu habe ich mich entschieden, dass ich R gleich 2 in diese römisch 2 Gleichung einsetze. Also statt R schreibe ich einfach die 2, die ich rausbekommen habe. Und dann steht da 2 plus S. 2 plus S ist gleich 1. Das löse ich jetzt noch nach S um oder stelle es nach S um. So ist besser. Und S ist dann gleich minus 1. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr nicht sagt, oh, ich habe ein R raus, ich habe ein S raus, ich bin hier schon fertig, sondern ich muss alle Gleichungen überprüfen quasi, beziehungsweise einmal benutzt haben. Wir haben die erste Gleichung benutzt und die zweite Gleichung benutzt, aber die dritte noch gar nicht. Deswegen packt ihr euer R gleich 2 und S gleich minus 1 noch in die übrig bleibende Gleichung, setzt dort ein. Also für R hatten wir hier die 2. Dann steht hier 2 plus 2 mal S minus 1. Und das soll 0 sein laut der dritten Gleichung. Wir überprüfen mal. 2 plus 2 mal minus 1. 2 mal minus 1 ist minus 2. 2 plus minus 2 ergibt 0. Das ist eine wahre Aussage. Und nur weil hier eine wahre Aussage rauskommt, bedeutet das, dass ich als Endergebnis aufschreiben kann, der Vektor C lässt sich tatsächlich als Linearkombination von A und B darstellen, denn es gilt. Jetzt habe ich einfach den Ansatz hier oben nochmal abgeschrieben und R und S an der richtigen Stelle eingesetzt. Wie gesagt, das Ganze gilt. Diese Gleichung ist somit erfüllt. Nochmal schnell zum Überprüfen. Nur die erste Zeile. 3 soll rauskommen, wenn ich 2 mal 2 rechne, sind 4. Plus minus 1 mal 1 ist minus 1. 4 minus 1 ist 3. Erste Zeile funktioniert. Und die zweite könnt ihr gleich nochmal selbstständig überprüfen. Funktioniert auch. Dritte Zeile. Da kommt auch eine wahre Aussage raus. Anschaulich kann man sich das Ganze wie folgt vorstellen. Im dreidimensionalen Koordinatensystem stelle ich die Vektoren A und B einmal wie folgt dar. Das heißt, wir können das Ganze hier drehen, wie wir wollen, können uns das vorstellen. Und die Frage ist jetzt, bilden diese beiden Vektoren eine Linearkombination des Vektors C? Kann ich also mithilfe dieser beiden Vektoren den Vektor C irgendwie, sagen wir, nachbilden. So, und der Vektor C, der sieht wie folgt aus. Der befindet sich hier unten in der XY-Ebene. Und das Nachbilden funktioniert nun folgendermaßen. Ich könnte doch diesen Vektor A zweimal abschreiten. Dann bin ich an dieser Stelle, also einmal, zweimal. Und wenn ich dann den Gegenvektor von Vektor B, also minus Vektor B entlang gehe, dann wäre das noch dieser Pfeil. Und dann komme ich tatsächlich genau wieder dorthin, wo ich auch mit dem Vektor C an der Spitze ankomme. Und das ist genau das, was wir gerade berechnet haben, nämlich zweimal Vektor A plus, in Klammern, minus 1 mal der Vektor B, also sozusagen der Gegenvektor noch hinten ran. Das Ganze funktioniert aus folgendem Grund. Ich nehme die Vektoren hier noch mal weg und gucke uns noch mal, wir gucken uns noch mal A, B und C an. Und diese drei Vektoren, die liegen alle in einer Ebene. Und diese Ebene kann ich folgendermaßen darstellen. Das kann man hier ganz gut erkennen. Die liegen alle so wie aufgefächert in eben dieser Ebene. Und deswegen, als wenn ich das jetzt hier so als zweidimensionales Koordinatensystem vor mir hätte, diese Ebene, kann ich mit einer bestimmten Kombination einen dieser drei Vektoren mithilfe der anderen beiden darstellen oder von dem einen Punkt zum anderen kommen. Kommen wir nun noch zum zweiten Teil der Aufgabe. Ich soll zeigen, dass einer der Vektoren, in dem Fall Vektor D, sich eben nicht als Linearkombination von A und B darstellen lässt. Dann ist das vom Ansatz her wieder genau dasselbe. Ich tue erst mal so, als würde sich der Vektor D, den habe ich auch geschrieben, 3, 1, 2, hier sehen wir es noch mal, als würde sich dieser als Linearkombination darstellen lassen. Auch dann ergibt sich wieder ein Gleichungssystem. Das sieht sehr ähnlich aus zu dem, was wir gerade bei A hatten. Das einzige, was sich hier geändert hat, ist die Z-Koordinate, die vorher 0 war, die jetzt hier 2 ist. Das ist das einzige, was sich hier ändert. Auch jetzt muss ich wieder R und S herausbekommen. Wir machen auch hier das gleiche Spiel nochmal. R ist 2, S ist minus 1. Und soweit sieht es ganz gut aus. Ich bin auf einem guten Weg. Das Ganze könnte doch eine Linearkombination sein. Aber wenn ich jetzt die Probe mache in der dritten Zeile und hier für R 2 einsetze, für S minus 1, dann sollte eigentlich 2 rauskommen, weil hier eine 2 steht. Wir wissen aber, da kommt 0 raus. Denn 2 plus minus 2 ist 0. Und es kommt diese Zahl zustande. 0 ist gleich 2. Das ist ja absolut falsch. Eine sogenannte falsche Aussage. Und weil das hier beim letzten Überprüfen nicht funktioniert hat, kommen wir zur finalen Schlussfolgerung bei B, nämlich der Vektor D lässt sich eben nicht als Linearkombination von A und B darstellen. Denn diese Gleichung hier, die ist einfach nicht lösbar. Und das haben wir soeben gezeigt. Auch hier zeige ich euch nochmal, wie ihr euch das veranschaulicht vorstellen könnt. Wenn wir den Vektor C einmal ignorieren und uns nochmal den Vektor D hinpacken, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben herausbekommen und sollten auch zeigen, dass Vektor D eben keine Linearkombination ist. Und das liegt genau daran, dass dieser Vektor D, ihr seht es hier ganz gut, nicht in dieser Ebene liegt, in der die Vektoren A und B liegen. Der guckt hier so ein bisschen raus. Und jetzt kann ich mich strecken, wie ich möchte. Ich kann ein Vielfaches von A und B hintereinander ablaufen. Ich komme niemals raus aus dieser Ebene. Ich komme nicht nach links und nach rechts. Ich bin quasi in dieser Ebene gefangen, wenn ich eine Linearkombination aus A und B zaubere. Und Vektor D ist dann eben nicht in der Ebene. Ich wiederhole mich nochmal. Und ich kann diesen Vektor deswegen hier gar nicht darstellen. Das war es auch schon. Mehr will ich euch dazu nicht zeigen. Ich denke, ihr konntet das jetzt gut verstehen und damit verabschiede ich mich zum Beispiel der Linearkombination.